Jeng, was hat sie damit, dass sie die ganze Zeit Bomben bekommt oder sie hat die Bomben Oder bei ihr ist die Bombenchance irgendwie um das 50-fache erhöht Wie geht das, Alter? Wie geht das auf dieser Strecke? Auf dieser Strecke ist es auch schwer, aber bei dem Schokosump habe ich das auch schon hingekriegt Warum wollte alle die neuen Strecke fahren, das ist ja noch von langweilen Also den Schokosumpf, ne, den Schokosumpf ist eigentlich ganz süß Musik ist toll Ja, viele hätten sich beschwert, weil du ja nicht mehr die Reifen dreckig werden Ah, okay, ja, aber Ich mag die Musik trotzdem Ciao, Robin Hey, Baby Mario, was geht ab? Verpisst dich mal Hi, Emily Oh Ach, nö, Emily hat gebremst Ich denke mir gerade noch, ob steht die Sache Dann habe ich die blaue gesehen hinter mir Oh nein, jetzt muss ich ein bisschen ausweichen Friss meine Bombe, Emily Friss meine Bombe Hey, Emily, die rote sollte nicht für mich sein Die sollte für Robin sein Dann wirf sie auch auf, Robin Wer schmeißt dir mit den Steinen? Also ich bin es nicht gewesen, ich schwörs Oh, Emily Ich sag doch, die roten sind für Robin Da kommt doch schon meine Ja, aber mir hat sie auch eine reingedrückt Sie wollte mir gerade meinen Pilz klauen auf der Strecke, ey, die Frau Da pisse ich meinen auf erblickt grad nicht es muss robben kriegen am lieb verdammt ja ich habe sie nicht mehr zurück überholt bekommen aber ich hab's doch versucht ja jetzt ist es mir auch egal welche strecke kommt vielleicht später noch mal wenn der bilder ist aber ich bin mal gespannt wann die nächsten strecken kommen im sommer bestimmt ja aber es sind so viele moment immer zwei kaps bringen oder die machen schreibt sie gerade so wie blaue er so wie blaue mag ich nicht ach so wegen dem bremsen ja da bremst behalten lässt tobi schön reinfahren also die banane ist auf den balkon geflogen ich weiß zwar nicht zu wenig sollte da wo doch die kommen weißt du also kracht das ist mein staub größte emily dann wird das scheiß oh da kommt was für dich ich bin ich erst noch ich hätte jetzt noch eine runde sie konnte mich nicht erwischt weil ich nicht erster war tisch gerade zurückgekommen ja mindestens ja anders kann man es nicht nennen die rote kommt und geht blau ich bin nicht jetzt der kiss es du auch das weiß ja das war die rache das war die rache für für die rote in der luft ich wollte wieder zu dir zurück ich habe alles gesehen ich war direkt hinter euch dann hast du robert ein dann hast du emily ein eingeschenkt und ich habe die allein geschenkt aber wie ich glaube ich werde krank meine stirn ist so mega heiß und ich bin den ganzen tag nur am saufen also dass ich glaube die blaue hätte erst auf robin soll dann auf mich aber weil wir unterschiedliche wege gefahren sind konnte sie irgendwie nicht treffen ja genau so war das und doch mich hat sie getroffen als sie wieder zurück kam da hat sie mich gerade noch nicht weiter geflogen ich denke mir so du scheiße du scheiß ding du ich bin da ist es jetzt hatte die eine grüne zum schutz schon wieder ach so robben wenn du möchtest ich habe seit ein paar tagen auch noch mario tennis das könnte man auch mal spielen da kommt was für dich es ist bewusst dass wir beide das spiel brauchen aber ja weißt schon dass ich es nicht habe oder das weiß ich nicht dann weißt du jetzt dass ich es offiziell habe ja ich habe ich habe es mir mal geholt also ich habe mir geholt als es rauskam weil ich gedacht habe okay das stimmt ganz witzig glaubt zweimal gespielt danach die wieder angefasst okay da hat er eine tröte er und jetzt kommt emily mit ihrer roten an ich glaube takt die arbeitest du morgen eigentlich von 8 bis 16 30 auto für arbeitszeit gibt schlimmeres musste ich auch nicht ja ich habe richtig aus mal bekommen keine sorge für dich reicht es gleich noch nicht wenn du erste wäsche nicht zweiter werde dann nicht keine sorge dass wir nicht passieren stimmt du wirst wieder fünfter wie gerade eben nee ich werde erster emily wird zweite und du wirst dritter oder vierter doch ist wieder sehr stark für jetzt gehen wir erst mal wieder kühe schubsen das voll fies das machen wir nicht die armen kühe haben ein nix getan ich kann doch nicht erlauben auf meiner weite eine rennstrecke zu bauen sagt der richtige darfst du überhaupt schon kart fahren tschau robins wo kommst du jetzt schon wieder her ach nö ihr seid doch alles arschkalt ich denk mir halt wieder nichts aufweiler und der auf einmal so langsam ist warte 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 ja das bist du dann selber schuld robin wenn ich dir dabei nichts denkst halt die backen nein ich hab den sprung nicht geschafft ja es ist okay es gab eventuell technische schwierigkeiten meine hydraulik war kaputt warte